Woaaaaaaaaaah! Hallo zusammen und willkommen beim Chef-Urboss und zum nächsten Unboxing im Star Wars Imperial Assault Universum. Und heute geht es an das Unboxing von dem IG-88, dem Assassinen-Druiden. Der sieht ziemlich gemein aus und ist er auch. Packen wir einfach mal aus. Ich habe es schon aufgeschnitten. Das kennt man. Die Verpackung ähnlich wie bei Star Wars X-Filmen. Kann also nichts passieren. Beim Versand ist alles gut. Muss nur aufpassen. Beim Rausholen, weil der relativ filigran ist, sollte man am besten von hinten drücken und vorsichtig nicht so fest dran ziehen. Weil wenn man jetzt hier dran zieht, gehen unten eventuell die Beine ab. Also sollte man unten am Base am besten hier rausholen. Also ein bisschen aufpassen. Eigentlich passiert da nicht so viel. Jo, gucken wir uns das Modell mal an. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil so gut finde ich den jetzt nicht. Von der Pose auch ein bisschen langweilig. Aber wahrscheinlich sieht er halt einfach so aus. Aber wir hätten ja, zumindest hier ist er auch ein bisschen cooler dargestellt, finde ich. Er sieht auch ein bisschen schlachsig aus. Aber wahrscheinlich ist es halt einfach dieses IG-88 Modell. Und sehr wahrscheinlich sieht er nachher angemalt um einiges besser aus. Also so gefällt er mir bis jetzt noch nicht so gut. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, vom Gussgraten her sieht er aber gut aus. Da kann man nichts dagegen sagen. Auch die Waffe ist einigermaßen okay. Hier vorne, da ist er nicht ganz so schön geworden. Aber insgesamt ist es okay. Also da haben ja zum Beispiel die Rebellentrupe um einiges besser gefallen. Aber egal. Gucken wir uns jetzt mal direkt an. Weil wichtig sind ja auch noch die Karten mit dabei, die es hier gibt. Wir haben einmal die Binary Revolution. Das ist eine Mission, die der imperiale Spieler, der Böse, den lieben Rebellenspieler sozusagen in deren Side Mission Deck geben kann. Und zwar muss er dafür Influence ausgeben und dann kann er die Karte reinstecken. Wenn die Mission von den Rebellen abgelehnt wird, dann bekommt der Böse sozusagen automatisch hier den als Sonderfigur für die weiteren Spiele. Wenn die die Mission nicht schaffen, also dürfte es jetzt nicht durchlesen hier. Weil, also zumindest nicht die Rebellenspieler. Ah, ist egal. Auf jeden Fall, wenn die die nicht schaffen, kriegt der imperiale Spieler halt auch den IG 88. Dann haben wir noch zwei, also eine Skirmish-Karte und zwei Missionen. Mind of its own und Most Dangerous Game. Die sind auch ganz nett. Das ist mal was anderes. Mit hier dem Laser, der hier irgendwie in den Gang schießt und so weiter. Könnt ihr euch auch mal durchlesen. Auf jeden Fall finde ich die Skirmish-Missionen eigentlich immer ziemlich innovativ und gefallen mir sehr gut. Da haben wir die eine, Mind of its own. Ja, da wird der Laser rumgezogen und so weiter. Dann Most Dangerous Game. Ist auch ganz nett. Hat nur so bis jetzt auch noch nicht gehabt. So, dann haben wir hier die Karte für den bösen Spieler, Binary Revolution. Ja, da steht es halt, dass der imperiale Spieler das dann kriegt, wenn die die Mission diskarten. Dann haben wir Sabotage-Plans. Das auch kann der imperiale Spieler mit Influence kaufen. Genauso wie Firepower-Upgrade. Und das da ist die Elite-Karte, der IG-88. Ja, ich würde mal sagen, für zwölf Punkte hier oben. Zehn Health, fünf Speed, ist sehr schnell. Denkt man ja gar nicht. Ein schwarzer Würfel ist ein bisschen schwach bei der Defense. Aber der kann hier Recoven, drei Damage. Das ist ziemlich gut. Hat automatisch eh schon einen Block. Hat zwei Reichweite. Und kann zwei Damage dazu machen. Das ist richtig gut. Hier kann man die Attackenwürfel aussuchen. Und er kann halt pro Runde auch mehrere Angriffe sozusagen durchführen, was ja normalerweise nur die Rebellen können. Also richtig gut. Fällt mir. Dann haben wir noch verschiedene Kommandokarten für das Gummisch-Spiel. Repair ist halt Fahrzeuge oder Vehikel kann man dadurch reparieren. Zweimal. Kostet zwei Punkte. Kann man zwei Karten da vorne im Deck haben. Merciless ist ganz gut. Da kriegt man Victory Points. Ist ja auch immer sehr gut, wenn man Victory Points kriegt. Kostet eins und davon kann man auch zwei Stück haben. Das ist hier zum Beispiel der Bosk. Nicht der Bosk, aber seine Rasse. Und das sind ja auch, die haben als Hobby, dass Rookies jagen. Finde ich auch nicht so in Ordnung. Naja. Dirty Tricks. Ist ganz nett. Overdrive. Das ist auch richtig gut. Kriegt jeder Troide eine zusätzliche Aktion. Bekommt aber dadurch zwei Schaden. Und Place of Glory geht natürlich nur für den IG-88. Da kann man den sozusagen zweimal aktivieren. Kriegt aber danach drei Schaden. Aber dadurch, dass er ja eh Recoveren kann. Das ist eigentlich ziemlich gut. Nachdem ich den IG-88 vorgestellt habe, werde ich den natürlich jetzt auch bemalen. Und da ist auch schon der große Assistent. Der ist natürlich gehört. Der will natürlich auch irgendwas bemalen. Wobei der ist ja schon bemalt, oder? Ja. Was ist das denn? Ein Alien? Oh, hier ist der Fuchs. Normalerweise würde ich den jetzt erstmal schwarz grundieren. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ja, dazu nehmen wir jetzt einfach Matte Black. Komplett drüber, über das gewaschene Modell. Schrauben. Aber, auch egal. Ja. Hast du denn deine Kamera gleich hierhin mal kurz stellen, Papa? Gleich. Mama, schau mal. Natürlich kann man das auch mit Spray machen. Ein bisschen. Aber bei so einem kleinen Modell. Da ist es fast schneller mit dem Pinsel. Ja, genau. 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 eine schöne Farbschicht. Genau, genau. Wie will man es sprayt? Genau, genau, genau. Okay, bis gleich. Nachdem alles gut getrocknet ist, werden wir das Ganze jetzt mal mit Gunmetal trockenbürsten. Große Trockenbürstpinsel, ein bisschen Farbe drauf, gut ausgestrichen und dann einfach in eine Richtung den Pinsel von links nach rechts ziehen oder von oben nach unten. Da sieht man direkt, ohne groß irgendwas zu können, werden hier die einzelnen Konturen von dem IG-88 hervorgehoben mit dem Gunmetal. Das ist die einfachste Methode, die es gibt und auch die schnellste. Die Intensität kann man natürlich selbst bestimmen, indem man mehr Farbe drauf macht oder den Pinsel nicht so abbürstet und indem man länger über eine Stelle bürstet oder wie auch immer. Ich lasse es jetzt mal so. Sieht eigentlich schon ganz cool aus. Könnte man jetzt einfach das Base noch machen und dann ist der eigentlich schon auf dem Spielfeld einsatzbereit. Aber wir wollen den ja noch ein bisschen verfeinern. Und zwar jetzt nehmen wir das etwas hellere Platemail Metal und wieder den gleichen Pinsel und gehen jetzt wieder mit weniger Druck ein bisschen drüber, sodass einige Stellen jetzt mit dem Platemail noch gehighlightet werden und andere mit dem etwas dunkleren Gunmetal sozusagen eine Schicht drunter sind. Jetzt nehmen wir das noch hellere Shining Silver und gehen jetzt auch noch ein paar Stellen, noch wenigere Schälen einfach hier überall drüber. So und jetzt sollten wir den ganzen Kerl eigentlich schon ganz gut angemalt haben. Das ist jetzt die Grundbemalung. Und jetzt werden wir noch die einzelnen Linsen anmalen und mal gucken, die Waffe wird vielleicht doch noch ein bisschen anders. Ich glaube, die ist relativ schwarz. Zugegeben, der sieht jetzt halt ein bisschen langweilig aus so. Könnte auch ein Necron sein von Warhammer 40k. Ja, deshalb müssen wir unbedingt noch was dran machen. Ich würde jetzt mal sagen, als erstes nehmen wir Weapon Bronze und werden hier noch ein paar Kabel einfach mal so ein bisschen bronzemäßig anmalen und hier vorne die Waffe auch. Wir könnten jetzt auch einfach wild überbrushen. Würde wahrscheinlich auch ganz gut aussehen. Aber ich werde es jetzt einfach mal so versuchen. Ein bisschen geordneter. Jetzt einfach mal ein paar von den Kabeln so anmalen. Ja, und da ist die Farbe auch schon zerverlaufen. Nicht so gut, weil die zu flüssig war bei mir. Das sieht man jetzt hier. Das werde ich jetzt gerade mal ausbessern. So sieht es jetzt zurzeit aus. Ich habe jetzt einfach mal barlos irgendwelche Stellen mit dem Weapon Bronze gemalt. Da sieht er auf jeden Fall schon mal ein bisschen interessanter aus, sage ich jetzt mal. Jetzt werde ich das Ganze mal mit Darktone waschen. Mal gucken, was da passiert. Wahrscheinlich wird er dann zu dunkel sein. Falls es so ist, kann man ja an manchen Stellen einfach nochmal mit Silber drüber gehen. Muss mir jetzt auch nicht machen. Das ist jetzt nochmal eine weitere Option. Ja, ich glaube das wird ganz gut. Übrigens ist jetzt hier die Gestaltung von zum Beispiel der Waffe hier ist auch nicht wirklich gut. Die ist viel zu flach. Die müsste eigentlich auch länger sein. Ja. Und auch der Gurt hier hinten, der müsste eigentlich auch detaillierter sein. Okay. Lassen wir jetzt mal trocknen und dann machen wir noch die Linsen und dann gucken wir mal wie es aussieht. Bis jetzt wirft es mich jetzt nicht vom Hocke. Für die Linsen nehmen wir Dragon Red. Und der hat verschiedene. Der kann nämlich nach allen Richtungen gucken. Und dann machen wir überall gerade einen kleinen Punkt rot drauf. Genau. Da kommt noch einer hin. Da. Und hier vielleicht eventuell in die Vertiefung. Das kann man dann aber so machen wie man will. So kann man auf jeden Fall einsetzen. Ich habe mir jetzt gedacht, dieses Band, dass dieser Riemen, den er da um hat, den mache ich noch schwarz. Auf den Bildern, die ich mir aus dem Internet einfach mal angeguckt habe, da ist der abwechselnd weiß-schwarz. Das kann man jeder so machen, wie er Lust hat. Und hier die Schnalle hier oben, die bleibt silbern. Und hier oben geht es dann schwarz weiter. Ich habe jetzt das Base fertig gemacht. Und zwar ganz normal wie bei den Rebellen auch. So ein Außen-Base. Ein bisschen Sand. Schwarz angemalt. Mit verschiedenen Grautonen drüber gebrusht. Das könnt ihr auch alle schon. Und hier hinten habe ich diesen Gürtel, wie auf diesen Bildern aus dem Internet, einfach hier noch ein paar weiße Teile drauf gemalt. Die sind zwar nicht so modelliert so richtig. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Es sieht eigentlich ganz cool aus. Gibt der Figur noch mal ein bisschen mehr Farbe. Hier vorne auch. Das habe ich jetzt nicht mehr gezeigt. Jetzt wird er gemattlackt. IG-88 ist fertig. Und ich habe ihn zusammen mit dem anderen Kopfgeldjäger Bosk auf der Brücke vom Sternenzerstörer von Darth Vader aufgebaut. Und hier empfängt er gerade in Episode 5 seine Instruktion, Han Solo zurückzuholen. Gefangen zu nehmen. Tod oder lebendig. Da fehlt eigentlich nur noch Dengar und Boba Fett. Und dann haben wir den ganzen Kopfgeldjäger Abschaum auf der Brücke versammelt. Die kommen dann irgendwann auch noch dazu. So. Ist nicht das schönste Modell. Da fehlen schon einige Details, muss ich sagen. Von der Bemalung ist es halt doch relativ einfach. Aber passt gut hier ins restliche Farbschema dazu, muss ich sagen. Und auf dem Spielfeld sieht er in Ordnung aus. Im Spiel ist er auch richtig gut. Gerade im Skirmish-Spiel. Und das war es auch schon wieder vom Chef-Uberboss. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und schaltet demnächst ein bei mir. Daumen hoch. Und bis bald, euer Chef-Uberboss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020